Musik Mein Name ist Ben Schobel, ich bin der Inhaber und Gründer der Firma Naturnahmöbel und wir haben uns spezialisiert auf die Sonderanfertigung und Maßanfertigung von Massivholzmöbeln, speziell im Thema Eckbank, Sitzbank, Küchenbank. Musik Als wir auf den Sascha zugegangen sind, war die größte Problematik, dass wir vor dem Punkt standen, wachsen wir, also wollen wir Mitarbeiter einstellen, weil wir konnten, meine Frau und ich, wir haben das zusammen gegründet, wir konnten die Arbeit nicht mehr alleine bewältigen. Mit dem anfänglichen Mini-Budget konnten wir durch gezielte Google-Ads-Steuerung wirklich ein schönes Wachstum generieren, aber irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo uns alles über den Kopf gewachsen ist und da braucht es jemand, der von außen einfach in die Firma reinguckt und sagt, okay Leute, da braucht ihr eine Strategie, da müsst ihr bei euch selbst ansetzen, da braucht ihr dringend Entlastung und dahin soll die Zukunft gehen. Und da haben wir in dem Workshop, den wir mit Sascha gemacht haben, in dem ersten, wir haben jetzt mittlerweile zwei gemacht, in dem ersten Workshop, muss ich einfach so sagen, hat Sascha uns geerdet, also hat ganz klar und mit uns eine Strategie entwickelt, das richtige Wording gefunden und da hat Sascha tolle Arbeit geleistet, um uns wirklich den richtigen Fokus zu geben, die richtige Strategie zu entwickeln. Was uns besonders oder was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass Sascha sich erstmal den Unternehmer anguckt, der da hinten dran steckt. Also was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken, wo sind meine größten Ängste, wo sind meine Zukunftsvisionen und da haben wir erstmal angesetzt und das fand ich fantastisch, weil die meisten gehen immer sofort, ich werde täglich, fast täglich über LinkedIn oder ähnliches angeschrieben von irgendwelchen Coaches und Mach und Tu und ja, wir haben uns ihre Webseite angeschaut und sehen da ein Riesenpotenzial, ja, das sehe ich auch. Aber Sascha hat sich erstmal meine Frau und mich angeguckt und das fand ich klasse, dass er da erstmal auf die persönliche Schiene gegangen ist, bevor er gesagt hat und jetzt gehen wir ins Unternehmen rein. Das fand ich ziemlich cool. Also Sascha setzt ganz klar Ziele fest, arbeitet die Schwachstellen raus und sagt, da müsst ihr ansetzen. Und wenn du mich jetzt konkret fragst, was hat sich verändert, dann tatsächlich, dass man sagen muss, Schwachstellen wurden ausgelöscht, Stärken wurden erarbeitet, zum Beispiel, dass wir auf unserer Webseite viel mehr Persönlichkeit zeigen, weil wir einfach auch eine tolle Geschichte haben, wie wir entstanden sind und wie unser Familienunternehmen funktioniert. Ich sage mal als Unternehmer, egal ob wie klein du anfängst oder wie groß du bist, du solltest ja immer eine Vision haben und dir auch selbst vertrauen. Aber es passieren halt im Leben auch manchmal Dinge, wo du dann selbst auch zweifelst. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Kann ich das Geld investieren? Muss ich das Geld investieren? Und so weiter. Und da hat Sascha mir geholfen, auch mir selbst mehr zu vertrauen. Das kann er sich auf seine eigene Kappe schreiben, sozusagen. Würde ich Sascha weiterempfehlen? Ja, würde ich. Für mein Unternehmen und für meine Frau und für mich war die Zusammenarbeit mit Sascha definitiv ein Segen. Wo kann ich denn deine Produkte kaufen? Wir sind sehr stark online vertreten unter www.naturnah-möbel.de oder man gibt einfach bei Google Naturnah-Möbel ein und dann kommt man recht schnell auf unsere Webseite. Man kann unseren Showroom in Leipzig und in München besuchen, am besten mit Termin. Das ist auch in unserer Philosophie zum Beispiel, die wir auch mit Sascha ausgearbeitet haben. Und dann ist da ein Mitarbeiter, der sich auch 100% nur auf dich konzentriert. Aber ihr findet uns im Web. Bis zum nächsten Mal.